A mi no me importa lo que diga la gente, sigo caminando la mirada al frente. Was für eine Odyssee. Vor kurzem waren wir noch auf La Palma und haben Daniel und Marlene beim Musizieren zugehört und jetzt? Corona hat unseren Kinostart erneut verschoben. Vor zwei Jahren haben wir auf La Palma einen kleinen Film gedreht. Eine Geschichte über ein Pärchen, das verzweifelt für seine Beziehung kämpft. Und eigentlich hätten wir euch diesen Film jetzt gerne im Kino gezeigt. Aber wir alle müssen abwarten, wie es mit Corona weitergeht. Aber irgendwann, wenn sich das alles mal gelegt hat, wenn die Kinos wieder öffnen, dann zeigen wir euch La Palma im Kino. Versprochen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Gesundheit und eine schnelle Immunität. Und wir hoffen, dass euch zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Mann, jetzt! Lass mich doch mal! Liebe Freunde der kanarischen Sonne, ich melde mich heute live aus La Palma bei Ihnen. Und ich glaube, ich habe schon jemanden entdeckt. Dort vorne steht Alba. Hola, señorita! Hola, Pablo. Como estas? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Senorita, sehen Sie diese Aussicht? Wunderschön. Dieser Ausblick, eh? La Vista. Und eine kleine Playa Privada nur für uns beide. Meine kleine Playa Privada. Ja, ich liebe es. Ich liebe es auch. Weil ihr den Film noch nicht sehen könnt, haben wir einen kleinen Sneak Peek für euch vorbereitet. Und der kommt. Wind ist set. Ich hoffe, ich werde wegkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020